Leute, Gnief Zeit. Gnief. 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 Viele Leute haben drauf gewartet. Ja, sag ich mal. Gnief? Schon über einen Monat. Bnief. Aber wir hätten hier viel zu tun. Matthias muss ja esmanaffen Supermario. So, wie sieht es jetzt so aus? Was wollen wir machen? Wir machen Best of Three Battle Ich bin aus Versehen schon, ja, zwei Spiele Battle Mode und Best of Three halt, wer dreimal den anderen raushaut, hat gewonnen oder zweimal von drei, zwei von drei, hat gewonnen. Charakter würde ich sagen, ist egal. Alle Charaktere sind erlaubt. Ja, weil da ja kaum ein Unterschied dabei ist. Ja doch, die Kleinen sind am Anfang schneller, die sind nachher langsam mal, das kommt auch anders. Bisschen. 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 Der Toad war direkt los, den kannst du verlieren. Wollte ich sagen. Meine Freunde, zwei Spieler Battle Mode, so, welchen nehm ich? Nehm ich Löschi oder nehm ich... Äh, was nehm ich denn? Braille-Full-Mitchi. Ach, den. Ich nehm Lucci. Ich würde nehm es Lucci, ok, dann Lucci. Dann nehm ich den anderen, den keiner abhaben kann, dann nehm ich Toad. Ja. So. War Toad eigentlich bei zweitem Auto mit dabei, ne? Welchen nehmen wir? Classic. Classic, ne? Ja, würd ich sagen. Gab's nicht jedes Neue. Los. Das könnte kostet vier. Die, oder? Ja. Da würde ich sagen, da sind wir mit dabei. Classic-Zeiten, alles klar. Los geht's mal, Freunde. Ich hoffe, ich weiß, wie es geht. Julius ist oben. Ja, ich bin oben. Der Blaue bin ich. Ich liebe Blau. Heute Blau, morgen Blau. So, wo setzt man nochmal die Gegenstände ein? Aber lass. Geht noch die Steuern nochmal. Ja, aber lass. Okay. Ja. Da vorne fällt. Du bist nicht. Ah, nein! Das ist dich. Feuer! Jawoll! Nein! Ja, Mann! Double Damage! Oh Mann! Ich will auf der Falle zeigen fest! Da haben wir es einen weiter! Ich kann nicht sterben! Feuerte! Jetzt bin ich jetzt ein bisschen fummig. Oh, ich probiere mich am Rutschen hier. Gerne. Nein! Komm her, mein Feuer! Komm her, mein Feuer! Wo bist du? Komm her, mein Feuer! Warte gerade aus. Komm, versteck dich nicht! Nein! Oh, ich hab mich verdrückt! Oh, ich hab mich verdrückt! Ich hab mich verdrückt! aber das war jetzt mal eigentlich schon nicht wo es hört sich an das ob der einen stern hätte scheiße ich drücke mal die falsche das sind drin die fehler die absolut total unnützlos aber das würde ich nicht sagen dann kannst du plötzlich auf eine andere plattform springt ja also ausweich manöver hier das ist für all die sprüche die mich zu besiegen macht die nicht macht die nur zum größeren mitschein Nee, nee, nee! Voll ins Gesicht! Voll ins Gesicht, Maff! Das gibt's... Das ist nur eine Runde! Ich hab' doch immer los! So ein Schiefer! Retrae, so. 1-0 für mich. 1-0 für Matthias. So, Retrae. So, wenn ich jetzt noch mal gewinne, haben wir gewonnen. Wenn er gewinnt, dann kommt noch eine dritte Runde. Kommt noch eine dritte Runde dazu. Aber dann krieg' ich jetzt die ganzen Roten ins Arsch geschoben, Alter. Oh ja, Grün ist schlecht, ne? Kann das sein? Grün ist nicht schlecht, wenn man weiß, wo man damit umgeht. Wenn! Ohohoho! Du weißt es scheinbar nicht! Hätte ich legen sollen, ich verschoben mir die Roten. Ja, du hast auch mal einen Roten nicht abbekommen. Glück gehabt. Die grünen irritieren bloß auf den Baren. Einen Schiefer hast du von mir auf jeden Fall abbekommen, das weiß ich. Die verschwinden ja nicht. Die bleiben ja auch so schicke drauf. Ja. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Hau ab! Hau ab! Du hast dich! Was bekst du denn! Was sagte ich... Sag ich die doch nicht! Du volle Idiot! Zählt das schon eigentlich als... Berleidigung? Ja. Ja. Nein, doch auch! Find' ich gut. Wie ihr seht, den Fettkopf. In der Tat. Der hätte sich fast erwischt. Ich kann ihn mal rückwärts fahren. Y, X. Ich kann ihn rückwärts fahren. Muss ich mich drehen. Aber du kannst ja Gasloot dazu einsetzen. Ja. Oh, shit. Erstmal, wir treffen meinen Freund. Schwarzstern. Ist das so schwer? Das geht eigentlich. Ja, scheinbar schwerer als ich dachte. Okay. Hellklop ist für nix hier. Ich hab noch mal einen... Oh. Ja! Überwandeln! Überwandeln! Nein! Voll! Zweite, zweite, zweite! Oh Gott. Ja, shit. Nein. Kannst knicken, Mann. Ja. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Das mach ich mit dem Danielchen. Oh, verdammt. Jetzt der! Ja! Ja! Nee! Unentschieden! Und dann noch perfekt. Der hat noch alle drei. Scheiße! Letzte Runde, meine Freunde. Letzte Runde. Du trinkst noch mal einen Schluck. Ich trinke noch mal einen Schluck. Und dann geht's los. Dann werden Ersche aufgerissen. Ah, jetzt geht's los. Oh nein! Jetzt geht's los. Alles klar. Ja. Alle bereit? Wir sind bereit. Hoffentlich. Alle beide. Ich und dich. Und du. Esel nennt sich immer zuerst. Genau. Dann... Mach weiter. Dann wollen wir mal. Komm. Ha! So, einmal Fuss schütteln und dann... Bitch! Freiklingen ist los. Du sprung. Zeit. Nein! Oh! Fast selbst. Blick! Ja! Glück gehabt! Oh! Mann! Was du, Katschkan, hieß schon lange, ey. Ähm... Grün. Oh, scheiße. Ja! Volles Gesicht! Nein! Tja! Zu früh gefreut, Mann! Viel zu früh gefreut! Von... Innen drehen geschossen? Darauf hat er nur gewartet, darauf hat er nur gewartet. Sag's doch du Stück Scheiße. Nein. Ich guck mir vor, als ob ich hier in dem Wehen sitze. Nervös? So ein bisschen, ne? Alter, ich hab deinen Arsch rasiert, ich hab deinen Arsch rasiert. Hast du das, also diesen heißen Wind auch gemerkt an deinen Hintern? Das war ich, mein Freund. Das warst du, mein Freund. Finde ich gut, danke, dass du mir den Arsch rasierst. Ich freu mich tierisch drüber. Das hat nur einer von euch sein. Ja! Oh nein! Schon wieder! Nein! Suche bei dir! Nein! Doch! Nein! Oh nein! Jetzt! Jetzt! Ja! Ja! Wuhu! Und ich hab das Spiel zum... Crashen gebracht! Ah! 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 Der erste Kniff geht ganz klar an mich! Und das Spiel zum Absturz gebracht! Und gleich nur Ärger von den Nachbanken. Homos! Ah! Piss auf! Ah! 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 Da das ist ja was ist nicht so! Oh mein Freund! Erste Runde kniefe! Ne! Ah! Wielst du eine Sieger und Dusche! Waah! Endlich! So! Verdammend! Revan Representative! Jahn! Ach! Ach! An einem anderen Spiel! Ach! owitz! So! Als nächster fern! Verlierer, du. Schlechter Verlierer, ganz klar. So, genug Emotionen für heute. Reicht. Scheiße. Du brauchst nicht treu sein. Nicht? Nein. Das ist doch mal ganz klar, dass du verlieren wirst. Ich weiß gar nicht, warum du treuig bist. Oh Mann! Okay, es war knapp. Am Ende hattest du, glaube ich, auch noch eine rote? Ja, hatte ich. Ja. Ich wusste nicht, dass du hinter mir warst. Ja, ich bin jetzt voll zum Glück, also ich bin jetzt umständlich leere gefahren. Aber ich sag mal, der Sieb geht zurecht. Zurecht an mich. Komm. So. Nächstes Mal, anderes Spiel, mal gucken, was wir machen werden. Vermutlich ein Beat'em ab. Oder ein Beat'em ab, ja. Von mir aus. Ja. Rief. Erste Folge, sag ich mal, voller Erfolg. Emotionen pur. Und firmig rüber hier. Bei mir ist es immer. Für heute. Ja, würde ich sagen. Flapp Schirros. Mit den freundlichen Worten, hau's, rau's, rein. Hau's, rein, hau's, raus. Und mein typisches Cheerio. Cheerio. Was ich eigentlich auch nur von LeFloid geklaut habe. Aber egal. Tüte Hut, das haut. Taps ab. Haus. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.